Liebe Freundinnen und Freunde, wir alle haben einen gemeinsamen Wunsch. Wir wollen das Land zum Leckeren verändern. Wir wollen weiße Ferrero-Küsschen für immer. Und weil Freundschaft für uns kein kurzer Trend ist, fordern wir Weißnuss bleiben. Und jetzt alle Weißnuss bleiben. Deutschland wählt weiß. Weiße Ferrero-Küsschen ab jetzt für immer.